Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Connie. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Du, was war denn das? Ich weiß, der Wurm findet es mir fast. Spiels denn nach? Ne, ne, den finde ich. Der ist am Anna-Fellweg. Soll ich da suchen, nein? Ne, ne, ich finde schon. Wenn ich ihn nicht finde, ruf ich. Ich habe mich schon so auf das Essen gefreut. Ich habe seit zwei Tagen gehungert. Ja. Na, dann such dir mal was Schönes aus. Also, ich nehme zuerst. Gehen wir von dem letzten Fall aus. Ich habe hier ein Foto von dem Mann auf dem Golfplatz. Einer seiner Freunde hat es kurz vor dem Bombenanschlag gemacht. Ich habe es vergrößern lassen. Klasse. Dieser Bart. Typisch. Sonst fällt dir nichts auf. Was ist mit der Kette, die er um hat? Sieh mal, Biggie, gar nicht so dumm. Könnte in dem Amulett vielleicht ein kleiner Sprengkörper gewesen sein? Möglich. Und das bedeutet? Dass die Zündung elektrisch über Sender erfolgte. Genau wie bei den anderen Opfern auch. Und jedes Mal waren die Eltern recht betucht? Ja. Ein offensichtlicher Fall von Erpressung. Da müsste man doch die Eltern zum Reden bringen können. Die schweigen sich sicherlich aus, weil sie Angst haben. Nein, nein. Wir müssen woanders ansetzen. Bei der Organisation und bei den Herstellern. Bei dem technisch komplizierten Mechanismus kommen doch eigentlich nur wenige in Frage. Einer davon wohnt in unserem Bereich. Allerdings, sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. Wer ist es denn? Professor Hechendorf. Ein früher sehr bekannter Wissenschaftler. Er lebt seit einigen Jahren völlig zurückgezogen auf Burg Nauenheim. Es war mir unmöglich, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wie, Sir? Ihnen war etwas unmöglich? Leider. Ich passe eben nicht in jedes Milieu. Also, wir fäng schon Professor hören. Na, schon in? Teils, teils. Sollst du berichten? Vielleicht. An den Alten kommt niemand ran. Wird dir wahnsinnig unangenehm sein, dich auf den Jungen zu konzentrieren. Mhm. Mhm. Du sagst es. Sollst du? Sollst du? Sollst du? Sollst du? Sollst du? Scheint es neu zu sein. Denn er ist heute angekommen. Dufte hier. Kannst du mir sagen, wer die Familie im Rollstuhl ist? Das ist der alte Hechendorf. Dem gehört die ganze Pracht. Nee, der Junge. Das ist bloß der Neffe. Nennt sich Don Holiday. Möchte gern dazugehören. Einmal im Monat macht er hier die große Schau und fährt den Alten durch die Gegend. Und bei Regen wird im Saal gefeiert? Nee, Saal ist nicht. In den Kasten kommt kein Mensch rein. So, Onkelchen. Genug gefeiert. Zu viel Schauspieler. Entspann dich bei deiner Arbeit. Ganz im Gegenteil. Unter diesen fröhlichen, beschwingten jungen Menschen, da fühle ich mich direkt leicht und jung. Ja, ich habe direkt das Gefühl, ich könnte aufstehen und mit ihnen tanzen. Ich seh schon, ich muss mal wieder für dich vernünftig sein. Na, ich bin froh, dass ich nicht so nüchtern bin wie du. Ich habe das Gefühl, manchmal, du bist der Ältere von uns beiden. Dann, ich bin eine Rose. Liebst du Rose? Ich bin eine Rose. Bin ich eine Rose? Du bist eine Rose. Möchtest du noch einen? Ich nehme alles, was du mir schenkst. Was hast du eigentlich für Augen? Müde. Nein, ich meine als grüne oder blaue. Todmüde. Hübsche Kette. Schenkst du mir? Geht leider nicht. Freundschaftskette von Don. Die macht mir die richtige Tür in Salzburg auf. Du fährst nach Salzburg? Magst du mitkommen? Da komme ich gerade her. Komm du doch mit mir. Wohin? Die Welt ist weit. Wir werden schon irgendwo ankommen. Okay, dann blase ich Salzburg ab. Salzburg ist nicht da. Ich habe etwas Besseres vor. Ein Rosenbeet, ein Rosenrotes Rohr. Garten, sucht der auch eine Rose? Nur Rosen, mein Liebling. Mhm. Mhm. Aua, was ist denn? Auch unsere Schlüssel, der schub mir ist dicht. Nachschlüssel? Irrsinnig originell. Weißt du was Besseres? Nee, ich verstehe immer nur Salzburg. Genau, der schläfrige Typ wollte auch nach Salzburg. Und er wollte mich mitnehmen. Na, dann fahr doch. Das geht nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerade da war. Conny, ich habe das Gefühl, die Kette soll nach Salzburg. Das ist möglich. Der Typ sagte, sie macht ihm die richtige Tür auf. Oder das nächste Opfer kaputt. Bigi, kennst du eigentlich Salzburg? Ach Don, der Morgen graut und ich muss weg. Wieso denn? Du bist doch gerade erst angekommen. Schon. Aber ich muss dich verlassen. Und ich dachte, du hängst ein bisschen an mir. Eben. Deshalb mache ich ja eine Reise. Einen Trip kannst du auch mit mir machen. Einen Trip, ja. Aber ich verreise. Nach Salzburg. Salzburg? Festspiele, Mozart, Karajan, Sirenaden. Ich höre eine Sirenade. Sirenade. Salzburg, du sag mal, da kann ich dir helfen. Ich gebe dir eine Adresse. Das sind Freunde von mir. Und diese Kette hier sagt ihnen, dass du von mir kommst, okay? Mhm. Okay. Eine Imitation. Vom Original nicht zu unterscheiden. Und was sagt Europol über das Original? Das wird im Augenblick noch untersucht. Jedenfalls über eines sind sich die Experten einig. Diese Bombe ist ein Meisterwerk an Präzision. Bomben in einer Freundschaftskette. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Hechendorf zum Mörder und Erpresse geworden ist. Also werde ich versuchen, die Burg erneut zu stürmen. Und du, Biggie? Machst deinen Trip nach Salzburg. Auch gut. Kann ich den Sportfang nehmen? Biggie? Reist so ein Hippie? Wohin Sie mitfahren? Nein, vielen Dank. Ich hab's heute einig. Wir möchten zur Dollholidee. Erwartet uns. Ja, eine Lieferung. Der Wang! Der Wang! Der위, was hat sich da, du Warte? Dieser Abschied könnte ein Anfang fürs Leben sein. Die Zeit der Einsamkeit wird schnell vergehen. Bald werde ich wieder lachend vor dir stehen. Nur du allein kannst die Sehnsucht sein. Na, Schwester? Gut und dann? Kann wir tauschen? Noch nicht? Kannst du tanzen? Und da wird mein liebes Abschiedswort Die Zeit mit dir war so schön Ich werd dich wiedersehen Dieser Abschied soll kein Abschied für immer sein Dieser Abschied soll kein Abschied für immer sein Hallo? Charlie? Alles okay? Kette gut angekommen. Prima. Hör zu. Der Alte will nicht zahlen. Jetzt bist du dran. Möglichst bald. Damit er weiß, was gespielt wird. Okay? Wie bitte? Komm, komm. Leere Drohungen nutzen nichts. Der Junge muss hochgehen. Damit der Nächste zahlt. Kapiert? Ende. Das war dasents beloved. Netschaum sehr. Netschaum sehr. Netschaum sehr. Netschaum sehr ein. T coração das. Ich bin mir hier, ich bin hier, ich bin hier. Ja, was ist denn? Wo bleibt ihr denn? Hier links. Die Teile hier hin. Vorsicht. Was soll die neue Lieferung? Die Oasisöl hat sich bedankt. Die Bohrversuche in der Sahara haben große Fortschritte gemacht. Allerdings, die Antarktisöl... Was denn? Was ist denn mit der Antarktisöl? Ja, da ist man nicht so zufrieden. Was heißt das? Liefert irgendwer in der Welt eine solche Präzisionsarbeit wie ich? Häh? Hat die Zündung etwa schon mal versagt? Was? Meine Erfindung! Nein, nein, aber die Reichweite. Die Bohrungen haben inzwischen eine Tiefe von 10.000 Meter erreicht. So. 10.000 Meter. Ha. 10.000 Meter Reichweite. Im Eis. Ich werd's versuchen. Jetzt lass mich allein. Ich möchte ungestört sein. Also keine Übungen. Ihr Neff ist ein ganz gemeiner Erpresser. Zahlen die Leute nicht, werden ihre Kinder getötet durch ihre Bomben. Das ist... Das ist ja unglaublich. Mord mit meinen Bomben? Durch meinen Neffen? Es ist so. Und ihre unschuldigen Blumenkinder missbrauchte zum Transport der Bomben. Aber die Aufträge... Ich habe doch die Briefe von den Ölfirmen selbst gesehen. Briefbögen kann man sich beschaffen. Briefe kann man fingieren. Ich kann's nicht glauben. Ich bringe Ihnen Beweise. Dann bin ich also schuldig. Am Tod von vier Menschen. Von Mitschuld sind Sie nicht ganz frei zu sprechen. Ach. Und gerade in den letzten Tagen habe ich Ihnen einen Sprengkörper gegeben. Den nächsten Mordversuch werden wir hoffentlich verhindern. Und dann bin ich bei uns. Soll ich Sie nicht. Dann werden Sie nicht. Dann bin ich bei uns. Dann bin ich mit dem Schraubchen. Dann bin ich bei uns. Musik Aber das ist doch noch nie passiert. Nein, nicht zu unternehmen. Abwarten. Ende. Was ist denn los? Der Anschlag an Salzburg ist schief gegangen. Hat Charlie Mist gebaut? Nein, glaube ich nicht. Das Ding ist nicht explodiert. Blindgänger. Vielleicht das Mädchen, dem du die Kette gegeben hast. Ach, was? Das Mädchen hat doch überhaupt keine Ahnung. Es war nicht ganz einfach, wieder hereinzukommen. Hier, der war schlussisch. Mein Auftrag ist doch erledigt. Der Junge lebt und Sie haben die Anschrift des Komplizen. Aber Conny. Was ist mit Conny? Sie muss noch im Schloss sein. Sie sollte sich sofort nach Erledigung ihres Auftrages hier melden. Oh, was mit Don Holiday. Ja, aber anders als du denkst. Ich fürchte, sie soll das Schicksal seiner anderen Opfer teilen. Hm. Dann darf ich wohl jetzt den Sportwagen nehmen? Ja. Sieh dir das mal an. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Und das noch. Da steht es denn absolut fest, dass mein Neffe der Mörder ist? Ja, leider. Es gibt niemanden außer Ihnen, der Sprengkörper von dieser Kleinheit herstellen kann. Und was soll jetzt geschehen? Sie müssen hier raus und zwar sofort. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich halte es für das Beste, dass du hier bleibst, mein lieber Onkel. Die reizende junge Dame wird dir inzwischen ein wenig Gesellschaft leisten. Nichts. Nett von Ihnen, mein Onkel, mit Lektüre zu versorgen. Bombenattentat auf Millionärssohn? Millionärssohn? Tochter des Multimillionärs-Karriere von Bomben zerfetzt? Tod auf dem Golfplatz? Glaubst du denn das alles, mein lieber Onkel? Ja. Dann hör mir jetzt mal gut zu. Nicht alle Sprengkörper, die du hergestellt hast, habe ich für meine kleinen Experimente benutzt. Einige von denen habe ich zurückbehalten. Und auf denen sitzt du jetzt. Pardon, ihr. Ja, und wenn ich jetzt auf Reisen gehe, dann wird dieses herrliche Schloss das Opfer eines Bombenentschlags. Schade? Lieber Onkel? Herr Professor, gibt es eine Möglichkeit, die Zündung Ihrer Sprengkörper zu stören? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu verabschieden. Ist ja alles passiert. Ja, komm, dann ging es schnell. Feierlich. Hast du einen Sender? Der ist schon überhaken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ratsch! Arthur! Arthur! Arthur ist im Kopf heraus. Herr! Gestatten! Idiöse Sardinen. Dann! Dann! Ach, du willst verreisen? Was soll denn das? Ein Mitbringsel für dich. Was soll der Blödsinn? Das Ding geht doch gar nicht ab. Ja, das soll es auch nicht, damit du an mich denkst, wenn du verreist. In diesem netten kleinen Armreif ist nämlich eine Überraschung. Wie in dem Amulett, das du mir geschenkt hast. Oh, bitte keine hässlichen Wörter. Du willst mich doch bloß blöffen, oder? Ich würde dir nicht raten, deinen Sender zu betätigen. Du würdest nie mehr erfahren, dass ich nicht geblöfft habe. Conny! 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 Mensch, Conny! Was wollen wir denn jetzt tun? Don Holiday, dass die Männer einem doch nie glauben wollen, was hat euch denn gerettet? Da muss ich etwas weiter ausholen. Wissen Sie, was ein Faradayischer Käfig ist? Ja. Ein was? Ein Faradayischer Käfig ist eine allzeitlich geschlossene Hülle von Spannungen, in die kein äußeres elektrisches Feld eindringen kann. Zum Beispiel Blitze, Radiowellen. Verstehe. In Physik hast du wohl nie aufgepasst. Ja, du vielleicht. Ja, das war offensichtlich auch der Fehler meines Neffen. Eigentlich schade um ihn. Und von dem schönen Auto ist sicher auch nichts mehr übrig. Und hiermit wäre der Fall abgeschlossen. Da ist noch ein Brief von Professor Hechendorf. Er schreibt darin, dass er euch beiden zum Dank die Burg Nauenheim geschenkt hat. Hier ist die Schenkungsurkunde. Hallo, Burg, Fräulein. Was machen wir mit unserem Besitz? Na, zunächst vielleicht ein richtiges Hippie-Fest. Ach, Quatsch. Ich weiß schon. Wir machen... Und hier ist noch eine Zusammenstellung der damit verbundenen finanziellen Belastungen. Schenkungssteuer, Notariatsgebühren, Grundgebühren, Auflassungsgebühren, Gemeindegebühren, Grundsteuer, Kosten für Instandsetzung, Erhaltung, Ausbau... Bitte, wenn Sie auf. Und das bei unserem Gehalt. Ich nehme an, ihr werdet nicht annehmen, unter den gegebenen Umständen. Adieu, Burgfräulein. Außerdem gibt's Ratten in der Burg. Was, Ratten? Ich habe deshalb vorgeschlagen, aus der Burg ein Altersheim für pensionierte Mitglieder einer gewissen Sonderabteilung zu machen. So sorge ich für eure Zukunft. Danke, Sir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017